Hi und herzlich willkommen zur vierten Folge von Hashtag Ask Vlea, meinem Adventspecial. Und die heutige Frage kommt von Gustav. Der fragt nämlich, meine Frage wäre, hast du vor YouTube hauptberuflich zu machen, wenn es sich ergibt? Das ist meiner Meinung nach eine sehr, eigentlich eine sehr schwierige Frage. Also wenn es sich ergeben würde, würde ich es schon gerne machen. Zumindest, ich sag mal so, vielleicht bis ich 30 wäre. Weil die ganze Zeit, also mein Leben lang irgendwas zu machen, weiß ich nicht, ob mich das interessieren würde. Aber jetzt so in meinen, ich nenne es nochmal jungen Jahren, also bis ich 30 bin, ich bin ja erst 20, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Keine Frage. Aber um von YouTube leben zu können, braucht man schon mindestens um die 100.000 Abos fast. Und da bin ich noch sehr weit davon entfernt. Und falls ich das jemals erreichen sollte, dann würde ich YouTube schon gerne mal eine Zeit lang hauptberuflich machen. Ich denke, das würde mir durchaus Spaß machen. Und ja, mal sehen. Wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin, vielleicht auch nicht. Das wird die Zukunft uns noch zeigen, denke ich mal. Und ja, Gustav, ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantwortet. Hinterlass mir gerne noch weitere Fragen für das Format Hashtag Ask Blair. Wir brauchen noch mindestens 20 Fragen, weil der 24. Dezember ist noch ein Weilchen hin. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, die Frage hat euch allen gefallen und die Antwort dazu auch. Und ich würde sagen, bis morgen. Ciao. 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 Ciao.